Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne. Willkommen zum kurzen Ausblick hier auf dem Testserver Update 0810. Steht hier schon bereit, man kann schön vorausschauen. Wir sind hier bei den täglichen Lieferungen. Das ist der erste Bildschirm, den ihr jedes Mal sehen werdet und ihr seht jetzt sofort mediterrane Token und neue Container werden im nächsten Update verfügbar sein. Mit den mediterranen Token, da schauen wir gleich in die Waffenkammer und mit den Containern gibt es eben Gegenstände und zwar für die Sammlung. Die gibt es aber eben nicht nur durch die täglichen Lieferungen, sondern eben auch durch Direktiven, die ihr hier schon mal so ein bisschen eingeblendet seht. Nehmt es bitte nicht ganz ernst, was ihr da an Belohnungen bekommt oder was an Aufgaben gestellt werden. Still Work and Progress auf dem Testserver, aber ihr bekommt hier eben Token und auch eben diese Container, wo dann diese Gegenstände für die Sammlung drin sein können, die ich euch jetzt im Anschluss zeigen möchte. Und ja, als Belohnung gibt es da eben was ganz Besonderes am Ende, wenn ihr die Sammlung vollständig habt. Und die Sammlung haben wir jetzt hier. Ihr seht schon, wir haben vier Reiter und jeder Reiter beinhaltet dann vier Gegenstände, die ihr sammeln könnt. Vorne sind es eben Schiffsfotos von einzelnen Schiffen. Hier geht es dann im zweiten Reiter um Schlachten, die die italienische Marine geschlagen hat, die so herausragend sind oder hat Besonderes. Auch wieder in klassischen Fotos, sie ist stilisiert von World of Warships. Und in dem dritten Reiter, den wir uns gleich mal anschauen, geht es dann nämlich hier um die Medaillen, die man bekommen konnte, wenn man besonders affreitreich war für die Italiener. Und ja, das ist das, was man dazu sagen kann. Überall gibt es Prämie Spielzeit hier auf dem Test-Server. Aber es gibt noch was Besonderes, nämlich den Kapitän, Luigi Sanzonetti, wenn man die Sammlung vervollständigt hat. Und da sind wir schon beim Kapitän. Erste Talent, was er hat, verzweifelter Widerstand. Ihr erhaltet 100 Bänder für Treffer mit der Hauptbatterie und bekommt dann die Verbrauchsmaterialien um 10% verlängert, also alle, die ihr an Bord habt. Zweites Talent ist dann die triumphale Ausbeute. Wenn ihr ein Gegnerschiff zerstört, wird eure Geschossreichweite um 8% verlängert. Also ihr könnt weiter schießen dadurch. Einmalig ist es aber auch nur machbar. Und dann gibt es nochmal verzehrender Zorn. Ist quasi mit dem Erfolg Großkaliber gekoppelt, wenn ihr den erhaltet, wenn ihr die Nachleihzeit der Hauptbatteriegeschütze verkürzt. Dann gibt es natürlich da auch wieder diese Geschichte mit der großen Flagge, mit den Geschossspuren, die diesmal eine italienische Flagge darstellen sollen. Besonders auf kurzer Distanz, besonders schön zu sehen. Hier sind wir dann gleich nochmal in-game. Da könnt ihr das ein bisschen besser sehen. Ein paar Salven, die ich hier mal kurz aufgezeichnet habe, für euch im Koop. Hier oben schon 9 gegen 9 zu sehen. Ja, ich finde es ganz gut gelungen, aber es wirkt auf Kurzstrecke besser als auf Langstrecke. Und dann gibt es natürlich wieder die Leuchtrakete. Sobald einer dieser Talente droppt, sozusagen, macht ihr so ein kleines Feuerwerk. Die ganzen Supertalente da oben sind natürlich nicht in Clan-Battles und Ranked-Battles verfügbar. Dann gibt es noch die Nachladeexperten, eine sozusagen permanente Verbesserung des Kapitäns. Das sind 75 Prozent. Also Umladen von SAP auf AP wird um 75 Prozent beschleunigt oder andersherum. Und die Torbido-Beschleunigung, hier sind sieben Knoten, die man gewinnt, wenn man diese Sache skillt. Und die Reichweite wird trotzdem nur bei 20 Prozent verkürzt. Ja, normalerweise hat man ja da nur fünf Knoten. Hier sind es eben sieben bei dem Kapitän. Und in der Waffenkammer mit Update 0810 gibt es auch wieder neue Container. Natürlich ist in beiden Optik-Premium-Standard-Container ein Gegenstand für die Sammlung drin. Und dann gibt es natürlich in dem Premium höherwertige Gegenstände, die da drin sein können. Zum Beispiel 15 Spezialsignale oder 15 Regia-Marina-Tarnungen. In dem Sliden-Slot in dem Container sind dann drei Typ 59 Tarnungen, 3.500 Kohle oder 9.000 Free-XP drin. Und ja, in dem Standard-Container ist das alles ein bisschen weniger. 600 Kohle oder 500 Free-XP oder 1.500 Elite-Kapitän-CP. So eine Sachen können da eben drin sein. Ich klicke mich mal jetzt mit euch hier noch gemeinsam ein bisschen durch die Waffenkammer durch, damit ihr noch mal einen Überblick bekommt, ob noch irgendwo was Neues vielleicht dabei ist, was ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber ich denke, da gibt es nicht viel, außer eine Sache. Die ist ja zwar nicht in Videoform verfügbar, aber die haben wir im Internet für euch recherchiert. Und zwar gibt es wohl mit Update 0810 Nikolai Kuznetsov, der nämlich mit der russischen Kampagne, dem Themenbogen damals erspielbar war. Der kommt zurück. Und zwar für Kohle. Und zwar eine ganze Menge Kohle. 175.000 möchte World of Warships dafür haben, dass ihr diesen Kapitän, wenn ihr ihn jetzt noch nicht freigespielt habt, dann eben bekommen könnt. Und jetzt sind wir zurück im Hafen hier in St. Petersburg. Es gibt noch einen weiteren Hafen, der geupdatet wurde, nämlich Ozean. Der folgt im Anschluss. Und danach kommen allerhand Karten, die geupdatet werden mit dem Update 0810. Wie gesagt, Still Work in Progress. Genieß die Grafik, genießt die HDR-Technologie. Und ja, viel Spaß. Ich lasse euch jetzt die nächsten Minütchen mal kurz alleine. Könnt ihr so ein bisschen die Grafik genießen, die Atmosphäre. Und dann melde ich mich am Ende nochmal bei euch. Bis gleich. 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 Ja, und mit den Bildern entlasse ich euch jetzt quasi wieder aus dem Ausblick. Ich hoffe, ihr konntet in den paar Minuten einen kurzen Eindruck gewinnen, wie sich World of Warships mit Update 08.10 wahrscheinlich verändern wird. Und immer noch Still Work in Progress, das möchte ich hier nochmal erwähnen. Ich fand besonders die neuen Karten, den Hafen, ist was Cooles. Der italienische Kapitän wird sehr, sehr lustig werden und sehr empfehlenswert für die italienischen Kreuzer mit der langen Nachladezeit. Und jetzt lasse ich euch einfach nochmal die letzten Sekunden mit dem Ziehen der Wolken über dem Wasser so ein bisschen in Ruhe. Genießt Meeresrauschen und ich sage bis zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal bei Siekrauts. Danke für eure Zeit, bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao, ciao, euer Siekrauts-Team, euer Andi. Eines اور Sie��고 im Vor strödieisis, hey, die energíaer-UMN-E. Alles in denaisungen sondern es war fluide, der es weiß Karte, ihr sagt also, dass du hinzukriegst die guess, dass es eigentlich nicht nur vergangen ist. Vielen Dank.